Krankheiten, die eine Katze auf den Mensch übertragen kann, bezeichnet man als Feline-Zoonosen. Glücklicherweise kommt es nur sehr selten zur Übertragung von Krankheiten zwischen Mensch und Katze. Dennoch solltest du über die Feline-Zoonosen Bescheid wissen. Gesunde Menschen mit einem funktionierenden Abwehrsystem erkranken eher selten daran. Doch bei Schwangeren, Kleinkindern oder Menschen mit einer Abwehrschwäche ist das Infektions- und Erkrankungsrisiko erhöht. Im folgenden nennen wir dir sechs Krankheiten, die deine Katze auf dich übertragen kann und verraten dir am Ende des Videos, wie du dich davor schützen kannst. Schau es also unbedingt bis zum Ende an! Als erstes Toxoplasmose Dieser Erreger wird besonders gefährlich für das ungeborene Kind einer Schwangeren und für Menschen mit Abwehrschwäche. Infiziert sich eine Schwangere mit diesem Erreger, dann kann dies zu einer Fehlgeburt oder zu Behinderung beim Kind führen. Hat die Betroffene bereits lange vor der Schwangerschaft eine Toxoplasmose durchgemacht, dann verfügt sie über Antikörper, die auch das Ungeborene schützen. Ob dieser Schutz besteht, kann man mithilfe einer Blutuntersuchung herausfinden. Als zweites Magen-Darm-Infektion Hierzu gehören Parasiten wie Würmer oder Salmonellen. Die Folgen dieser Infektion reichen von harmloseren Durchfällen bis hin zu schweren Magen-Darm-Erkrankungen mit hohem Fieber, Kreislaufproblemen und starken Schmerzen. Hakenwurm- und Spulwurmlarven können auch innere Organe und die Augen befallen und dort zu schweren Schäden führen. Als drittes Wundinfektion Im Mund der Katze und an ihren Krallen befinden sich viele Erreger, die Wundinfektion und sogar Blutvergiftungen hervorrufen können. Während du oberflächliche Kratzer selbst mit Wunddesinfektionsmitteln reinigen kannst, solltest du tiefe Bisse und Kratzer immer ärztlich untersuchen lassen, auch wenn sie kaum bis gar nicht bluten. Als viertes Katzen-Kratzkrankheit Diese Krankheit wird durch Bartonellen verursacht, die über Katzenbisse oder Kratzer, aber auch durch Floh- oder Zeckenstiche übertragen werden. In den meisten Fällen sorgt das menschliche Immunsystem dafür, dass die Bartonellen unschädlich gemacht werden, bevor es zu Symptomen kommt. Selten führt die Infektion allerdings zu Entzündungen der Lymphknoten, die mit Fieber und Schmerzen auftreten. Als fünftes Tollwut Das Tollwut-Virus befindet sich vor allem im Katzenspeichel und gelangt über kleine Wunden wie Kratzer oder Bisse in den menschlichen Organismus. Bei Verdacht auf eine Tollwut-Infektion muss bereits vor den ersten Symptomen gehandelt werden, damit man diese Krankheit überlebt. Menschen, bei denen die Krankheit bereits ausgebrochen ist, sterben daran. Und als sechstes Hautpilze Leidet eine Katze unter Hautpilzen, dann bilden diese Sporen, die sich in der gesamten Umgebung verteilen. Bei Menschen lösen diese Hautpilze häufig ringförmige, schuppende und jukende Hautentzündungen aus. Tritt ein Hautpilz auf, sollte man alle Tiere im Haushalt untersuchen lassen. Wie kann man sich vor diesen Infektionskrankheiten schützen? Meist helfen ganz einfache Hygieneregeln. Behandle deine Katze regelmäßig und ganzjährig mit Präparaten gegen Flöhe und Würmer. Darf deine Katze Freigang genießen, solltest du ein Mittel verwenden, das auch gegen Zecken wirkt. Entferne Ausscheidungen einmal täglich aus der Katzentoilette und wasche diese mindestens einmal monatlich mit heißem Wasser und Seife gründlich aus. Wenn gefährdete Personen im Haushalt leben, ist eine mehrmalige Reinigung in der Woche ratsam. Wasche dir nach jedem Kontakt mit der Katzentoilette die Hände und auch nachdem du deine Katze gestreichelt hast. Füttere deine Katze ausschließlich mit gut durchgegarten Fleisch oder mit Fertigfutter. Sorge dafür, dass die Krallen deiner Katze kurz bleiben, indem du ausreichend Kratzmöglichkeiten zur Verfügung stellst oder sie ans Krallenschneiden gewöhnst. Wenn du von einer Katze stark gebissen oder gekratzt wurdest, dann suche einen Arzt auf. Vermeide den direkten Kontakt mit streunenden Katzen. Sollte sie Hilfe benötigen, dann informiere am besten den örtlichen Katzen- oder Tierschutzverein. Und wenn du eine neue Katze bei dir aufnimmst, solltest du sie beim Tierarzt untersuchen lassen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.